Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ein kurzes Video zum Thema Meine Familie glaubt dem Mainstream-Medien. Aktuell wird ja so viel Shit da draußen erzählt. Und ich weiß selber mittlerweile nicht, wer lügt, wer sagt die Wahrheit. Es ist sehr, sehr schwer, die Wahrheit herauszufinden, weil sich einfach so vieles vermischt. Und der Mainstream, die Medien, machen das ganz, ganz geschickt, dass sie Wahrheit mit Lügen vermischen. Und ja, der Autonormalverbraucher schaut sich die Nachrichten an, glaubt natürlich der Kanzlerin und glaubt dem, was da gezeigt wird im Fernsehen. Das Schlimme ist, ich habe jetzt viele Nachrichten bekommen von Zuschauern, die mir schreiben, meine Familie, Eltern, Geschwister freuen sich, wenn die Impfung kommt, betreffend des aktuellen Themas. Ich möchte das hier gar nicht nennen, weil viele, viele Videos ja gelöscht werden auf YouTube. Und da möchte ich jetzt hier keine falschen Sachen sagen, dass das Video auch stehen bleibt. Was kann ich tun? Was du tun kannst, ist, deine Verwandten, deine Familie zu akzeptieren, so wie sie sind. Weil wenn wir uns aus einer anderen Perspektive das anschauen, ist das hier gerade ein Spiel. Und diese Verwandten haben mit der Seele eingewilligt, in diesem Spiel so mitzumachen, so zu schlafen, sich eventuell auch impfen zu lassen. Du kannst sie nicht zwingen oder radikal dazu zwingen, ihre Meinung zu ändern. Das ist nicht möglich. Ich habe meine eigenen Erfahrungen damit gemacht. Und was ich gelernt habe, ist einfach nur vorzuleben, wenn sie fragen, ein bisschen was darüber zu erzählen. Es gibt auch Videos, die man weiterleiten kann, das vielleicht die Augen öffnet. Es gibt aber auch noch zu viele, die Angst haben. Die wollen lieber der aktuellen Realität glauben, die die Medien zeigen, als hinzuschauen und herauszufinden, dass eine Kanzlerin lügt oder dass die Regierung lügt. Davor haben viele, viele innerlich Angst. Also wenn du tief in die Psychologie dich damit ein bisschen auskennst, siehst du, dass es ein ganz, ganz normales Verhalten ist, dass wenn etwas zu schrecklich ist, man das gar nicht anschauen möchte. Es ist für viele zu schrecklich, davon auszugehen, dass die Regierung lügt. Die Regierung, das war jetzt ein bisschen vielleicht geschlucktes Wort. Es ist zu schrecklich hinzuschauen, dass, wie gesagt, die Regierung, die Kanzlerin oder die Politik mit uns ein Spiel treibt. Das ist so schlimm, als Wahrheit anzuerkennen, dass sie dann lieber das glauben, was die da draußen sagen. Ich glaube, tief im Inneren wissen viele, dass gerade da nur Scheiße erzählt wird, weil das kann einfach nicht sein, was da vieles erzählt wird. Aber trotz allem, um seine Psyche zu schützen vor dieser ganzen Angst, nimmt man das lieber an, was da gesagt wird und lässt sich lieber impfen und ist treu und tut das, was die Regierung sagt und schaut sich nur die Nachrichten an und informiert sich auch nicht auf den alternativen Plattformen, wie ja in den öffentlichen Medien empfohlen wird oder schon von Anfang an empfohlen wurde. Tu dich bloß nicht alternativ, jetzt habe ich das Wort vergessen, informieren, weil da wird dir so viel Scheiß erzählt, bleib bei uns und glaub das, was wir sagen, weil sie schon wissen, dass sie mittlerweile die Macht verlieren. Also was ich dir mitgeben kann, ist zu akzeptieren, dass es, ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber diese Menschen zu akzeptieren, ihnen immer wieder Liebe zu schicken, wenn du mit ihnen zusammensitzt, klar, triggert es, ja, wenn dein Bruder, deine Mutter, dein Vater kommt und sagt, ich freue mich schon, wenn die Impfung kommt oder dein Partner und du weißt ganz genau, da wird die DNA verändert, die haben da was ganz anderes vor und du willst dich impfen lassen. Das erstmal nur zu akzeptieren, liebevoll, weil wenn du nicht mehr gegen sie kämpfst, werden sie irgendwann offener sein, dir zuzuhören. Ich kenne das bei mir, wenn jemand versucht, mir seine Meinung aufzudrängen, mache ich komplett zu. Da habe ich keinen Bock drauf. Wenn du versuchst, mich zu überreden, mich vegan zu ernähren, dann esse ich erst recht Fleisch. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will freiwillig auf meinem Weg das herausfinden. Und wie gesagt, du kannst immer mal hier und da ein Video schicken und nicht so aggressiv da hinterher sein, deine eigene Meinung zu vertreten. Weil es ist die Zeit jetzt gerade so, dass jeder, wie in der Schule, jeder darf sich vom Bewusstsein her so entwickeln, wie es ihm gerade zeitlich passt. Es gibt einfach welche, die sind noch vom Bewusstsein im Kindergarten. Andere sind in der Grundschule, die anderen auf einer Weiterführenden. Und dann geht es weiter, Abitur, vielleicht bist du gerade abiturmäßig von deinem Bewusstsein und dein Partner oder deine Eltern sind gerade im Kindergarten. Und wenn es dich ärgert, dass das Kindergartenkind immer noch nicht schreiben und lesen kann, wirst du es damit nicht besser machen. Akzeptiere es, liebe es, es ist ein Spiel. Du wirst diese Menschen sowieso nicht verlieren. Wir haben hier unsere Avatare gerade hier auf der Erde. Die können wir verlieren, klar, die werden wir auch irgendwann dalassen. Also die haben wir nicht für immer. Aber auf der seelischen Ebene werdet ihr immer verbunden bleiben. Und die Liebe bleibt auch immer, egal was passiert. Also akzeptiere sie, liebe sie, schau, dass du vielleicht Videos schickst. Gibt es ja ganz viele, kann ich dir auch unten nochmal welche verlinken. Die alternativ aufklären, aber nicht auf radikale Art, auf liebevolle Art. Die Statistiken zeigen, was da wirklich draußen abgeht. Und vielleicht kann sie das öffnen für eine andere Wahrheit. Also rauszukommen aus dem, was gerade ist. Okay, Lieben, ich hoffe, ich konnte jetzt mit diesem Video ein bisschen helfen, dich zu beruhigen und deine Familie mehr zu lieben, zu akzeptieren. Das, was gerade ist, ohne sie irgendwie in eine Ecke zu drängen, sich zum Beispiel nicht impfen zu lassen. Ja, bevor ich jetzt noch tiefer reingehe, wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Wenn du weitere Fragen hast, stell es mir gerne unten in die Kommentare. Und bis bald zum nächsten Video. Und bis bald zum nächsten Video. Und bis bald zum nächsten Video.